Hallo, willkommen in meiner Küche. Heute gibt es mal eine super leckere Vorspeise mit rote Beete, einer Forelle und etwas Kaviar. Und was das wird, verrate ich euch gleich. Für diese Vorspeise brauchen wir rote Beete. Die rote Beete kann man fertig gekocht kaufen. Ich habe die hier klein geschnitten, sind 500 Gramm. Die werden wir dann einfach warm machen und pürieren. Dann haben wir hier eine Forelle und etwas Forellenkaviar, Creme Fraiche. Dann brauchen wir ein Räuchergerät, das gibt es im Anglerbedarf, und etwas Räuchermehl. Und ja, ich fange einfach mal damit an, das alles vorzubereiten. Das ist relativ wenig Arbeit. Man muss halt räuchern, das kann man aber auch in einem Topf machen, in einem Wok. Da gibt es so Einsätze, wo man räuchern kann. Ich mache das mit dem Gerät, das habe ich seit über 20 Jahren und entsprechend sieht es auch übel aus. Aber es funktioniert. So, ich bereite jetzt das Räuchergerät vor. So sieht es aus. Das ist innen drin ein Rost. Noch ein Rost darunter. Und dann sind hier solche Platten, die quasi verhindern, dass beim Räuchern in dieses Räuchermehl Fett reintropft. Oder was auch immer. So, die nehmen wir raus. Das sind hier so zwei Mulden. Und in diese Mulden geben wir ein Räuchermehl. Das ist im Prinzip Sägemehl mit etwas Wacholderbeeren, etwas Koriander. Und im Prinzip ist es das auch schon. Man kann da auch alles Mögliche reinmachen an trockenen Sachen. Also ich habe auch schon mal Kräuter der Provence reingemacht für ein Lamm. Das ist Wahnsinn, was da für ein Aroma dann kommt. So, dann kommt der Deckel drauf. Dann kommt der erste Rost rein. Der zweite darüber. Ja, und jetzt kommen unsere Forellen. Die sind ganz frisch. Schöne Tiere duften sehr schön nach Wasser. Die sind ein kleines bisschen größer. Die kommen da drauf. Und dann Deckel drauf. Dann gehen wir raus. Das muss man draußen machen. Also mit diesem Gerät. Weil es sind unten zwei Becher mit Spiritus. Die werden gefüllt mit Spiritus. Dann angezündet. Das Ding drauf. Und dann dauert es zehn Minuten. Und dann ist die Forelle frisch heiß geräuchert. Jetzt kommt der Deckel drauf. Und dann wird es hier so. Klack, klack. Ja, und damit gehe ich jetzt raus. Die gekochte rote Beete, die wird einfach etwas klein geschnitten und dann erhitzt. Ich mache das hier in dem Gerät. Das könnt ihr aber auch in einem Topf machen. Bei milder Hitze einfach erwärmen. So auf 50, 60 Grad. Damit hier die Flüssigkeiten warm werden. Und dann wird es püriert. Etwas Butter, etwas Salz. Und jetzt fange ich mal an und erwärme das Püree. Ich stelle hier auf 60 Grad. Ich lasse es leicht drehen. Und das Ganze 15 Minuten. Und dann schauen wir mal rein. Die rote Beete ist jetzt erwärmt. Und im nächsten Schritt machen wir, also wenn ihr es jetzt im Topf erwärmt habt, dann gebt da ein bisschen Butter dazu. Mache ich jetzt hier mal. Etwas Butter. Das ist vielleicht so 50 Gramm roundabout. Und dann kommt noch etwas Sahne dazu. Die Sahne gibt dem Ganzen noch etwas Cremigkeit und eine mega coole Farbe. Dann brauchen wir noch Salz. Das muss man dann sowieso noch mal probieren und nachsalzen. Auch wieder mehr Salz. Und dann wird das Ganze püriert. Mit dem Pürierstab zum Beispiel. Oder in einem Blender, wo man auch Cocktails macht oder Smoothies. Das ist dafür auch sehr gut geeignet. Ich mache das halt hier mit meiner Maschine. Die habe ich halt. Im Übrigen, wer einen Thermomix hat, kann das Gleiche mit dem Thermomix machen. Das ist überhaupt kein Problem. So, jetzt machen wir mal Stufe 6. Schauen wir mal rein. Das schaut ja schon ziemlich gut aus. Die Konsistenz ist auch schon gut. Ich gebe jetzt da gar keine Sahne rein. Das hat aber auch immer wieder was damit zu tun, wie die Rote Beete ist. Also es gibt es Jahreszeiten abhängig, wie viel Wasser sie hat. Beziehungsweise wie viel Wasser sie nicht hat. So, jetzt probiere ich mal. Herrlich, herrliche Süße. Aber Salz fehlt noch. Ein bisschen Salz hinterher. Und noch mal schön durch. So, jetzt dürfte es eigentlich fertig sein. Es ist fertig. Dann fülle ich das jetzt um in einen Topf. Und zum Erhitzen, stellen wir das dann einfach in den Backofen. Die Farbe ist so auch schön. Wenn man noch etwas Sahne rein gibt, dann wird es noch so ein bisschen pink. Aber Geschmack geht vor Optik. Und Konsistenz geht auch vor Optik. Fertig ist unser Püree. Der nächste Schritt ist dann die Forelle räuchern. Das machen wir dann gleich zusammen. So, jetzt geht es ans Räuchern. Jetzt kommt hier Spiritus rein. Das sind in diesem Gestell so Becherchen. Die füllen wir mit Spiritus auf. Reicht. Sehr gut. Und dann werden die angezündet. Brennt. Ja, und dann kommt es einfach da drauf. Und jetzt 15 Minuten und dann holen wir es rein. So, jetzt sind hier unsere geräucherten Forellen. Und jetzt kommt der magische Moment des Öffnens. Schaut sehr gut aus. Sehr gut. Rote Beete. So, Creme Fraiche. Wenn man die auspackt, ist die immer hart. Das ist die Tixotropie. Und dann rührt man das ein bisschen und dann wird es ein bisschen cremiger. Mitten ins rote und weißes Dürf. Kaviarchen. So, jetzt kommt noch Kaviarchen. Oh, jetzt bin ich dabei. Jetzt sind jetzt auch. So, sind das sechs Teller. So, dann brauchen wir noch einen kleinen Schuss Zitrone. Das ist Maltensalz. Außer England. Das ist mein Lieblingssalz. So. Dann würde ich sagen, einen guten. Danke. Wow, hast du mal bedient? Nein. Lass es bloß nicht fallen. Thank you. Schuss. Unsere Musik. Bis zum nächsten Mal.